So, wir wollen das Ganze nochmal probieren. Dankeschön. Warte mal, hier genau, mit dem Fuß hier rein, wenn du den jetzt hier so reinkreizt und dann da oben festhältst und dann versuchst es hier und dann da die festzuhalten und dann kannst du dich da so hochhangeln. Ja, normalerweise kann ich auch ganz gut klettern, aber hier weiß ich auch irgendwie. Mal gucken, probieren wir es einfach nochmal. Irgendwie fehlt so der erste. Warte mal, wenn alles so leicht wäre, dann ist es doch auch blöd, oder? Ich wollte es nicht sagen. Man muss auch ein bisschen Herausforderungen haben. Ich wollte es nicht sagen. Guck mal, wie das war es rein. Die steht jetzt immer schöner so. Ich muss gleich mal eine Seite aus der Klippe raus. Ja, Sekunde. Wenn du eine Halt hast, da oben. Ein bisschen gehen. Gut. Schwitz. Letzte Millimeter. Ja, viel. Genau. 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 Ja. 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 Das macht Spaß, ne? Ja, aber...